Herzlich Willkommen, liebe Leute, hier wieder bei FIFA 15, IT-Made Team, Road to Division 8, ne? Road to Division 8, wir haben am letztem Mal Unentschieden gespielt, eigentlich verdient das Unentschieden, aber wir hätten auch locker gewinnen können. Ja, so sieht's aus. Und jetzt geht's einfach weiter, vorne haben wir jetzt die Barker wieder rausnehmen müssen, Vertrag ist leer, der... Wen haben wir dafür? Giovanni dos Santos, jetzt haben wir unser Villareal Sturm-Doo da vorne. Ja man, die grüne Linie, die wirkt Wunder. Bis jetzt hat's doch nicht Wunder gewirkt. Ja, jetzt soll. Toulouse AC, okay. Ja. Äh, oh, scheiße. Oh, Mann, Mann, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben schon wieder den Gast nicht hinzugefügt. Das vergessen wir immer, oder? Ja. Super. Richtig schlimm wäre, wenn man dafür noch so einen Punkt abzubekommen würde. So, warte, nächst drücken. Wie heißt der? Ich spiele Heim, das soll Auswärtsspielen. Nein. Ja. Ich spiele Heim, der so Auswärtsspieler, das genau gehört. Oh Gott, ich sehe, ich sehe es schon richtig schlimm, ey. Oh, nee. Oh, ne, 70er-Wertung. Das ist schlecht. Ich kann ja gar nicht. Das ist ein deutsch-französisches Team. Genau, gar nicht. Fährmann, Badstuber, Castro. Hey, wer ist denn der ZDM, der Franzose, oder? GoKyf, oder sowas. GoKyf? GoKyf? Ja, da ist GoKyf, oder sowas. Hey, Alter, ist das... Der hat ein, der hat, glaube, ein Team, alles komplett durcheinander gemischt. Italienische, Französische und Deutsche. Naja, er hat einfach, außen hat er Pace, rechts außen und links außen auch. Links außen hat er einen Vater-Fernschuss. Draxler. Mhm. Und er hat einen schlimmer Verrissen. Das ist Dina Thales, Dina Thales, das. Was? Das ist doch nicht scheiße, oder? Der ist eigentlich saugut. Nee, 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 nicht mit uns. Hoher, 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 pass auf. Auf jeden Fall sah ich das Radar nicht mehr. Ja, Lofer, alter. Guck, keine Ecke, natürlich, in den Abschluss. Weil ich ihn angeschossen habe und ich wieder zurückgegriffen habe. Nein, weil er einfach den Ball gegen dich abgewählt hat. Ja. Der dann. Ja. Ja. Warum kloppt der nicht den gleich um, wenn er schon den Ball hat? Ja. 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 Was machst du denn? So, hier ein bisschen Passspiel. Ah, fuck, der Santos. Ja, hier passen müssen, sorry. Da haben zwei Leute neben dir, du versuchst, was war das, Rolette oder Spin? Ja, irgendwas. Ne, Rolette ist eigentlich mal. Da, was ist das? Oh, was ist das? Ja. Ja, was ist das? Oh. Ja. Der hat Fernschuss. Nein, der hat einfach mal aufgeschossen, weil er denkt, der wäre cool. Ja, wer war denn da? Oh, oh. Oh Gott. Okay. Aha. Das tut passend. Ja. Da war ich nach rechts irgendwie. Ja, so. Schön. Jetzt unten rein, unten nach unten. Zack und... Oh nein! Nein! Ich hasse mein Pech! Dein Leben? Ich hasse mein Pech! Aus der... Ja! Ach, das ist jetzt mal. Alter, du machst das nicht rückschießen, der freut mich einfach nicht passiert. Aber dein Schuss aus... Ey, so episch, ne? Vorüber schwankst du das jetzt? Hab ich nicht, hab ich nicht so drückt, das war der. Der Penisgegner. Der will nicht sehen, wie geil wir spielen können. Gegen die Leute. Jetzt! Hä? Ja, schade. Saftig. Saftig, du dein Scheiß saftig. Ja. Wir haben... Oder? 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 Du hast hinrennen müssen. Du hast hinrennen müssen. Ja, ich hab leider nichts gesehen. Was er da unten ist, meine Tote. Ich spiel' ich mal ja gerne überwohnt. Jetzt... Nein, nein, nein. Ja. Ich hab auch bemerkt, dass ich hell in die andere Stimme drücken muss. Drücken müssen. Schau' her. Oh. Hm. Ich gecheck das im Beispiel. Zurück zu Rutsche. Ja, ich hab sofort gedrückt. Mann. FIFA. Alter. So ein Lacker wieder, ey. Mann. Das blöde FIFA-Passspiel. Man, unsere beiden Spielstile passen immer nicht zusammen. Ja, gar nicht. Passen gar nicht zusammen. Du spielst über außen nicht versuchen, durch die Mitte zu laufen. Schau' mal da. Mach er wieder, rennt wieder nur nicht zurück und dann komm' wir so ein Pistol. Das lässt jetzt natürlich auch... Ach, Kass. Wohl abgefälscht. Kassano ist das. Das ist nicht die Natale. Ja, das ist Kassano. Entschuldigung. Also, auch Schumier kann sich nicht pfeifen im Spiel. Das bringt gar nichts. Das ist ja so. Also, seit wie vor 15. Scheißegal. Tonio Kassano. Was ist denn das für ein Pass? Wo soll der eigentlich hingehen? Ach, diese Annahmen mal wieder. Hier, guck mal, da. LT ist das. Das ist LT. Ja, ich weiß. Sehr gut. Aber das ist ja auch wegdrücken. Und wenn du aber... Der hat sich schießen sollen, aber ich hab nicht gecheckt, dass der... Der hat sich schießen sollen, aber ich hab nicht gecheckt, dass der einfach noch kurz warten soll. Ja, ich hab nicht gecheckt, dass der nicht rangeht an den Ball. Na komm, der ist doch der... der ist doch auf der Linie. Wer war denn der? So Gott. Hast du noch was? So ein Abschluss. Ich mach wieder über dir. Was? Das war eigentlich nicht so gerollt. Aber cool. Ich hab mir jetzt was rein. Oder auch nicht. Natürlich hat er den mal wieder. Na, ist der da so unlogel. Ich hab dir nicht frei geschlossen. Was, Alter? So episch scheiße. Ich muss nur schlafen. Mal. 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 auch was so war ich ja was macht ihr ich finde es schon wieder ich war voll im abseits ne? ja voll im abseits aber ich versteh diese logik nicht bringt gar nichts flanken es bringt einfach nichts ich weiß es nicht was soll ich denn sonst da machen? ach soo jetzt wird ein Torwart warte ich noch ja ich habe nicht so viel Torwart gekriegt ich bin zu spät ja wir haben ja selber gemerkt mann ey der drecks fair man das ist aber so über Powerdruck wieder was warum steht der denn da? der wäre reingewesen 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 der wäre reingeköpft oh standen steht der auf der Linie auch noch ne zwei so perfekte Chancen an der okay du es auch noch so ja vier Schüsse vier aufs Tor keiner ging rein der drei Schüsse ein aufs Tor und der ging rein Lacka wie gesagt jetzt rennt er durch passt fick dich warum passt denn ne egal was? ich hasste das Spiel und wieso passt du nicht nach oben warum soll ich denn da noch passen? ja weil wohin denn? nach oben wo die wo mein Spieler da stand wie ins Abseits äh nicht im Abseits er stand völlig frei oh nein so und passt schon wieder oh oh ey ganz ehrlich ey ganz ehrlich hättest du nach oben passen können aber es ist jetzt meine Schuld hättest du den Ball mal reingemacht hab ich fast ne der hat den nämlich geklärt scheiß Penner das ist jetzt so einfach mal wirklich stundenlang durchlaufen sie sind so hässlich der drückt so einfach nur B so wieder darauf geklappt an mir ran das überhaupt schon war ja nicht glücklich ja man kann darüber springen du beherrn das Kind ich glaub er dafür keine Tastung ich versuchte Mann ey ey das Problem verdient kann ich denn kann ich denn ich bin das die die das das gepasst wieso läuft er schon mehr nicht hin die gute Schade war eine gute Idee Armani er so gute Chancen aber die nutzen wir einfach nicht weil er schießt ja man am Tor so was überspringt er nicht oder wenn jemand absetzen soll er mit der Ligaspieler vor uns übernicht sich anspringt ja aber vom Gegner die Sachen überspringen die hallo die Scheiße ich hasse diese blöd mit dem Dreck natürlich ja wenn der Todmann nicht im Tor ist natürlich hoch hoch dieser Dreckstorwart du jetzt eigentlich ich meine mit hoch rennen hoch rennen und dann schießen eigentlich das ist nicht klar ich bin ja auch nicht mehr das Laufen ist schon schneller was ist das Gerät schon das wird schon vorher abschließen so dann wäre es einfach so etwas mehr warum Ich glaub wir wollten einen Elfmeter haben, das wollte ich nicht. Also wie es aussieht fallen wir mal. Wer hat den auch gekriegt, wer hat den auch gekriegt? Wollte ich schon sagen. Ja, das haben wir verloren. Ja, denke ich auch also. Ach, Mann. Diese Fehlpässe jedes Mal, das ist so schlecht. Und dann kommt so ein Dreck, wieder von so einem blöden Abwehrspieler. Kann er auch nicht mehr machen als... Und wieder zu spät. Sehr offensiv. Ich hab' den reingemacht. Wenn ich jetzt noch mal vier Fernschlüsse mal versuchen. Nicht mit diesem Drecks. Ja, wenn ich einen Fernschluss versuche, kriege ich immer von ihr angemeldet. Passt nach oben. War nicht beim letzten Fernschlüsse nicht genug. Schieß doch einfach mal. So, auf die Linie. Blub. Alles klar. Kurze Trinkpause. Ja. Lass mal durchlaufen. Grat so... Ah, den hält Ferman ja nicht, ja. Den gibt er natürlich nicht. Wann Finiss Schuss, oder? Wann Finiss Schuss? Könnte heute nicht. Nee, es gibt drei Punkte. Da kann ihn kein einziger Toro zeigen. Diese Schüsse links in den perfekten Winkel immer. Oder aus der Mitte kommst du dann in den Winkelschuss. Ja. Okay, 2 zu 1. Ja. Okay, 2 zu 1. Ja. ok, aber direkt auf den Torad. Ja, und? Drück doch nein. Ja, und? Drück doch nein. und dann drücke ich umdrehen und das geht nicht um. Und dann wieder sowas. Hm. Tor. So schön gespielt. Egal. So. 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 Und dann kann man das. So. 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 Lauf! Ja! So langsam! Die Sau! Was ist denn das? Ah! 2-0! Wieder mal ein Lackertor und verdient verloren, denke ich. Ja. Unentschieden werde ich besser kommen. Ja, okay. Das war halt wieder mal ein Lackertor, der einfach nur abgeschlagen hat. Perfekt kommt ein Spieler von ihm hin und einfach einen geschossen, den kein Tor erteilen kann. Der letzte Spieler, der noch fit in der Seite. Ja, was soll man denn machen? So eine riesen Chancen, immer versaut, ey. Einfach so wie jeder FIFA-Spieler, einfach LT und B raufkloppen, wie jeder. Da war mal ein Lackertor. Und es war dann einfach so. Und es war so klar, dass er jetzt abweift. Ist das war, und es war bei den Pfeifen. Och! Mann, 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 Mann! Schade, wieder mal verloren. 1 können wir noch 1 können wir machen naja da habe ich mir lupfer gedrückt irgendwie klappt die noch nicht so wir sind färben und kann man sich bei den kundigen parana hat 600 haben wir schon wir reißen sie zusammen spielen nicht schlecht muss man ja sagen aber wer war nicht irgendwie wählen nichts auch kein spieler anvertrag man das hat unglaublich da ganz oben links wissen dass er das so gut oder was gut ja das hätte ich noch das 2-2 machen können aber da war uc einfach so langsam dass der torwart hat den ball vorher wegschießen würde sagen wir eine runde am rabatt rein ja genau anstatt mal dings wieder anzeit die hat auch keinen vertrag godin innenverteidiger da machen wir mal fär mal ehlen rein tauschen wir mal nee das war besser atletico die sind hier drüben aus aber wir können mal testigen einfach mal ausprobieren einspielen wir mal probieren wir mal testigen mal aus weil er gerne eine linie da weil der von barcelona ist figuli 87 und uc 82 geben wir mal eine fitnesskarte rodriguez vielleicht vorne rein warte mal ja mach einfach eine goldene eigentlich ja viel die kosten genauso viel wie die bronzen das stimmt eigentlich die bringen nicht viel mehr wen meinst du roto rieges oder fn z o m so war so wir brauchen eigentlich wieder chewbacca vorne drinne ja ich komme gar nicht wir kaufen uns mal ganz schnell noch einen vertrag den kosten ja dort wieder hier einfach weiter drücken da gibt es halt für kleines geld könnte verträge kaufen spieler verträge in gold wo ist nur ein bisschen ah nur sehr sehr weich suche stop 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 ja die ersten sind immer mal die ersten öpfel sind malig die ersten öpfel sind malig so sagt man das so schnell verbrauchstobjekt anwenden an chewbacca äh an chewbacca an bucka sehr gut so dann war es erstmal für die folge dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder dann ja zum letzten part dieser aufnahme ja dann wollen wir mal wieder einen sieg holen endlich mal komm wir müssen mal wieder einen sieg holen das kann doch nicht sein also bis zum nächsten mal und tschau tschau